Hallo ihr lieben Leute da draußen und willkommen dieses Mal wieder nach langer, langer Zeit zu einem Let's Talk. Ich war heute beim Arzt, bei Erkältung und so und Virus und ich hab irgendwie von allem ein bisschen so ganz komisch. Und ja, ich bin bis zum Ende der Woche krankgeschrieben und bevor ich gar keine Videos raushaue, kommt heute und morgen ein kleines Gesundheitsupdate-Video und dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas auf der Festplatte zu liegen hab, was ich vielleicht mit zwei Klicks oder so rendern kann. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, kommt vielleicht noch irgendwie ein Update oder so, die gehen ja nur zwei, drei Minuten. Ähm, vielleicht auch. Ne, das wahrscheinlich nicht. Egal, muss ich mal gucken, was ich so finde. Ähm, ja, ich ruhe mich jetzt die nächsten Tage so gut wie ich kann aus, ohne dass ich jetzt Videos mache, weil es, äh, meine Gesundheit sollte dann doch im Vordergrund stehen, weil meine Qualität leidet, darunter viel zu sehr. Ja, also es tut mir sehr leid, aber ihr seht, es geht nicht anders. Ähm, ich werde euch halt, wie gesagt, also heute und morgen ein Update-Video, was Gesundheit angeht, das, ähm, laute RM von gerade eben, das schneide ich raus. Und, ja, ich hoffe, dass das nicht sehr schlimm für euch, aber, wie gesagt, ich hau, ich hau wenigstens jeden Tag irgendwie ein Video raus und wenn es nur halt irgendein kurzes Talk wird, äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und Peace out. Ich hoffe, ihr habt euch gehört.